Der höchste Rang in Brawl Stars ist der Rang 35. Aktuell gibt es 81 Brawler. Ich habe alle Brawler außer Sam auf Rang 35. Wenn ich es schaffe, Sam auf Rang 35 zu bringen, das sind zwei Games, habe ich alle Brawler auf Rang 35. Schon mal ein Like da lassen, würde ich mich freuen. Okay, Leute, Onkel Mo wieder hier am Start mit einem ganz besonderen Video für mich. Muss ich wirklich sagen, es ist was Besonderes für mich. Ich bin ja ein absoluter Brawl Stars Fan und es war schon immer ein Traum von mir, in Brawl Stars alle Brawler auf Rang 35 zu bringen. Wir können das vielleicht in diesem Video zusammen schaffen. Bitte schaut euch einmal kurz meinen Account an. Achtet auf die Ränge. Alles Rang 35. Ihr seht, es sieht alles gut aus. Alles Rang 35. Es fehlt nur noch ein Brawler. Und das ist der Kollege. Ihr seht es, Sam. Ich zeige mal weiter. Ihr seht es. Selbst Hank haben wir auf Rang 35. Selbst Hank haben wir auf Rang 35. Selbst Duck haben wir auf Rang 35. Ihr seht es. Es ist wirklich nur noch ein Brawler. Dann haben wir alle Brawler auf Rang 35. Das ist aktuell mein Account. Wir brauchen zwei Games. Ich werde die Games aufnehmen. Ich werde fett gecarried. By the way, ganz fett gecarried. Böse gecarried von Joker. Von SK Gaming. Und von Luki. Wirklich richtig fett gecarried. Rucksack. Mehr geht gar nicht. Ich mache kaum was. Ihr werdet das auch gleich sehen. Natürlich werde ich versuchen, mein Bestes zu geben. Zwei Games. Drückt mir schon mal die Daumen. Es geht los. Schon mal Like dalassen. Würde ich mich freuen. Es geht los. Es geht los. Ich habe ein schlechtes Matchup. Aber ich habe Luki und Joker. Wir müssen aufpassen. Nein. Okay, ich habe wieder diesen Fehler gemacht. Das war nicht gut. Das war nicht gut. Okay, nice Luki. Nice, nice, nice. Luki hat gecarried. So, Leute. Meine Aufnahme ist kurz abgekackt. Meine Aufnahme. Meine Aufnahme. Oh mein Gott. War es ein Video. Wir haben ein bisschen. Es kann sein. Dafür entschuldige ich mich jetzt schon mal. Es kann sein, dass die Auf... Mein Aufnahmeprogramm ist abgekackt. Selbst mein Aufnahmeprogramm macht, glaube ich, Auge. Letztes Game für Sam. Rang 35. Wenn wir das gewinnen, haben wir alles. Alle Brawler auf Rang 35. Schon mal ein Like dalassen. Wenn du Bock hast, ein Abo dalassen. Würde ich mich freuen. Es geht los. Dieses Gefühl hatte ich auch, wo ich meine Führerscheinprüfung hatte. Die praktische. Ich hatte Angst, durchzufallen. So ein Gefühl habe ich gerade. Selbst Luki ist nervös. Er macht nur Dislike und Like. Guckt euch den Chat an. Guckt euch den Chat an. Selbst er ist gerade nervös. Guckt. Das ist Lukis zweiter Account. Schaut euch das an. Schaut euch das an. Selbst der Kollege ist gerade nervös. Wir haben selbst mein Mate, Luki, nervös gemacht. So. Die trollen mich. Ich werde getrollt. Und dann kommt jemand mit 1476 Brock rein. Er hat einfach ein 1476er Brock. Aber das ist nicht Luki. Ich brauche Luki. Was? Was passiert gerade hier? Okay, jetzt aber glaube ich. Die haben mich getrollt. Ich hatte Schiss. Ich hatte Schiss. Sonst wäre ich in Showdown gegangen und hätte Spin to Win gemacht. Es wäre nur ein Game. Last Game. Oh mein Gott, ich bin nervös. Oh mein Gott, ich bin so nervös. Wenn ich es schaffe, habe ich alle Brawler auf Rang 35. Das ist verrückt. Das ist was Verrücktes. Das ist crazy. Das ist crazy. Das ist das letzte Game. Schon mal einen Like da lassen. Es kann sein, dass du Onkel Mo nicht magst. Habe ich kein Problem. Alles gut. Aber diese Arbeit, die hier hinter steckt, diese Zeit, diese Energie, würde ich mich freuen, wenn du ein Like da lassen würdest. Weil das hat es verdient. Könnt ihr meine Pumpe hören? Es geht los. Es geht los. Like da lassen. So. Gut gemacht, gut gemacht, gut gemacht. Oh, gut gemacht. Ah, das ist ein bisschen ärgerlich. Ich glaube, die Shelly... Was machen die da? Was machen die da rechts? Was passiert denn da rechts? Was macht denn Luki und Joker da? Wo macht der Dislike? Kann mal jemand die Shelly bitte tönen? Mein Video. Ich weiß nicht, was da gerade passiert. Die Shelly trollt. Luki und Joker trollen. Alle trollen. Alle trollen. Alle trollen. Ist mir egal. Lass mich ihn reinmachen. Lass mich ihn reinmachen. Gib mir den Pass. In den Lauf. In den Lauf. Nein. Doch. Wo ist der Ball? Einmal. Ronaldo-Aktion. Einmal Ronaldo-Aktion. Digga, die Shelly ist ja voll am... Ronaldo. Nein. No joke. Ich hatte gerade mega Schiss, dass ich die Trophäe nicht bekommen habe. Okay, Leute. Das war nicht cool von der Shelly. Die hat ein Free-Wing gegönnt. Das wollte ich nicht. Aber ich bin gerade auch auf YouTube live. Ich kann euch das auch zeigen. Es sind sehr viele Leute im Stream gerade. Das kann ich nicht beeinflussen. Das tut mir sehr leid. Ja. Wir haben es geschafft. Alle Brawler auf Rang 35. Das ist verrückt. Das ist verrückt. Alles Rang 35. Alles. Ich habe noch eine Frage. Was würdet ihr feiern? Alle Brawler droppen? Winning Streak? Ja. Oder? Oder sagt dir Onkelmo? Mach Masteries. Mach bei jedem Brawler die Masteries. Auf Gold 3. Schreibt das bitte in die Kommentare rein. Ich werde jetzt droppen. Ich pushe nicht mehr. Ich werde meinen Account safe droppen. Nur ich weiß nicht, ob ich Winning Streak machen werde. Oder Masteries. Ich bedanke mich, dass ihr euch das Video angeschaut habt. Lasst noch mal ein Like da, wenn ihr es vergessen habt. Kuss geht raus. Bye. Peace. Onkelmo. Ich bin froh. 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 Bis zum nächsten Mal.